Ich bräuchte einmal für den Wohnwand Sperrmüll. So Idi mein Schatz, ich hoffe du schaffst das und ich glaub an dich. Oh mein Gott. Idi! Ehh, da ist eine Shisha. Einen schönen guten Morgen meine Lieben. Ich dachte mir, ich schnappe die Kamera und filme etwas, weil meistens mache ich halt diese Arbeit zuerst und dann filme ich. Und rede einfach nur hinein und es ist so langweilig, wenn ich nur die Kamera in der Hand halte und sonst nichts anderes passiert. Aber warte mal. Damit mein Kopf nicht abgeschnitten ist, ist er immer noch. Ja und jetzt stehen einige Sachen vor mir diese Woche. Ich muss morgen wieder nach Darmstadt. Ich hatte ja überlegt, ob ich darüber überhaupt berichten soll, weil sagen wir es mal so. Ich lese natürlich sehr viel auch über mich und habe festgestellt, dass es manchmal gar nicht so gut ist, alles zu sagen. Weil es gibt so ein paar Leute, die sehr gerne etwas dazu noch erfinden. Ich habe mir ja nur die Lippen machen lassen. Und schon hieß es damals, mein Gesicht werde total künstlich und voller Botox und sowas. Da dachte ich mir so, yeah. Okay, was ist, wenn ich das und das auch noch gemacht hätte? Was hätten die Personen dann noch dazu erfunden? Deshalb kann ich manchen raten, die zum Beispiel sowas machen möchten und nicht wissen, soll ich offen damit umgehen oder nicht. Teilweise ist es besser, wenn man es nicht macht und die Leute einfach sich wundern. Oh, die Person sieht aber gut aus, weil es wird einfach gegen einen verwendet. Ja, ich habe dann mit der Schönheitsklinik auch darüber gesprochen, wie es dann aussieht. Ob sie zum Beispiel auch was dagegen hätten, wenn ich es doch erwähne oder ja, pipapo. Und der Arzt ist halt so cool und hat mich so gut aufgeklärt, dass ich es doch machen werde. Ich werde eventuell auch sogar den Arzt finden können. Das finde ich ganz gut, weil ich ja schon eine missglückte Schönheitsoperation hatte und gerne das Ganze ja auch begleiten würde, damit zum Beispiel eine, die sich das machen lässt, was ich machen werde, weiß, worauf sie achten soll. Also ich werde meinen Bericht, meine Erfahrungen dazu sagen, wieso, weshalb und ja, das ist so meine Entscheidung. Jetzt im Augenblick mache ich die Wäsche, dann werde ich hier nochmal alles durchwischen. Edi? Ja? Schatz, kannst du bei dir Sperrmüll anrufen und anmelden? Sperrmüll? Ja. Weißt du, wo du die Nummer direkt findest? Nee. Dieser Abfallplan. Ja. Da ist eine Sperrmüllnummer. Wenn das nämlich jetzt bald ist, weil nach der Operation bin ich erstmal außer Gefecht. Da kann ich weder was heben noch mich nach vorne beugen. Somit habe ich mir gedacht, machen wir das, bevor es dann zu spät ist. Weil ich glaube, die nächsten zwei Monate werde ich außer Gefecht sein. Was Sport und alles sowas. Also die eine Operation wisst ihr ja, ne? Die nächste, die anstehen wird, wollte ich eventuell nicht sagen, aber ich werde es doch tun. Weil meine lieben Zuschauer mir da einfach vorgehen, auf die paar Hater, da sollen sie sich halt auf mich stürzen. Ist mir auch egal. Das werde ich aber auf meinem Beauty-Kanal zuerst veröffentlichen. Also wenn ihr wissen wollt, was ich machen lassen werde und wieso und weshalb, dann dort einschalten. Aber erstmal bin ich hiermit fertig. Ich verschaue das, dass ich hier nochmal wischen kann. Ich bräuchte einmal für den Wohnwand Sperrmüll. Könntest du da gucken, was hier in Krumstadt ist? Mittwoch, 9. November, 9. November. Ok. Also wir haben uns entschieden, wir machen heute das Wohnzimmer fertig. Das bedeutet für mich, ja, die habe ich gerade rausgeschmissen, damit er später für mich da ist, aber trotzdem ein bisschen rausgekommen ist. Ich gehe jetzt an den PC, wische alles unten oben, unten dann später und wir gehen mit den Kindern zu Ikea. Ich habe mein Video geschafft zu schneiden und oben alles Dauer zu machen. Nun ist aber noch das Schlafzimmer dran. Da habe ich die Bettwäsche abgezogen, werde es neu beziehen und stelle aber die Kamera jetzt hier auf. Es ist so dunkel. Einen Moment. Ich werde es jetzt nicht tun. Ich werde es gleich wieder zumachen, weil es heute sehr warm wird und wenn man das natürlich nicht abdunkelt, erhitzt sich der Raum total. Ja, ich würde jetzt hier das Schlafzimmer machen und wenn ich dabei bin, das Bett schön zu machen, stelle ich die Kamera nochmal auf, weil ich das dann den Edi zeigen möchte, damit er, wenn ich meine Augen-OP habe, mir das Ganze hier schön macht und ich hier dann mit meinem Laptop mich ausruhen kann und das Ganze etwas schicker aussieht. Er hat aber nämlich keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Deshalb, sobald ich die Bettwäsche bezogen habe, stelle ich euch wieder auf und ja, für die, die es interessiert, wie ich das mache und für Edi. Okay, mir ist heiß. Dann fange ich jetzt mal an, das Bett zu machen. Also Edi, das geht gerade an dich. Du schaffst es. Die erste Bettbette, also wir haben hier drei große im Schlafzimmer, deshalb die erste mache ich hier hin. Die zweite, mache ich ganz einfach nochmal drüber. Die dritte, bin ich wieder hier. Die falte ich einmal und lege sie auch noch hier hin. Tut man das nicht, zeichnet es sich ab. Auch versuchen, dass das Ganze so übereinander ist. Dann nehme ich die Tagesdecke, die ich wieder selber gemacht habe, also gewaschen habe und ganze zwei Tage gewartet habe, bis sie wirklich trocken war. Genau. Und hier ist so ein Muster drauf. Das ist nicht rund, sondern es geht... Eine Seite ist spitzer und die andere flacher. Auf jeden Fall ist es so, dass es so wie das Bett ist. Es ist eher breiter als länger. Ist das breiter? Nein. Doch, das Bett? Nein. Es geht in die... Ich mache es so, dass es in die Richtung breit länger ist. Oh Gott, hat das jemand gestanden? So. Eins von den Kopfkissen, die wir benutzen normal zum Schlafen, das ist so ein Hairdress. Das mache ich hier hin. Dann nehme ich dieses weiße Dekokissen und lege es hier hin. So. Danach kommen diese Petronfarbenen Kissen. Die machen so ein bisschen dahinter. Links, rechts. Dann habe ich noch das. 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 Und das. Und neuerdings auch noch dieses hier. Bisschen Motivation, aber ich weiß nicht, ob es richtig dazu passt oder nicht. Ich habe es einfach gekauft, weil ich es sehr schön von dem Spruch fand. Passend hat zu mir. Ja. Okay. Und jetzt. Wie mache ich das am besten? Also die Qualität von diesem Kopfkissen ist nicht so berauschend. Nach dem Waschen habe ich jetzt hier überall so Streifen. Wahrscheinlich hatte ich zu viel Umdrehung gehabt. Ja. Einfach links, rechts wieder ein rosanes. Eventuell auch das hier hin. In die Mitte das. Und ich glaube passt das oder nicht? Eigentlich passt es nicht. Das können wir dann hier gleich auf das von der Achea drauflegen. So diese Decke nehme ich noch. Es ist wirklich nichts schwer. Und alles, was jetzt noch übrig bleibt, mache ich eigentlich zusammen. Und das kommt hier hinter die Tür. So, Edi, mein Schatz. Ich hoffe, du schaffst das. Und ich glaube an dich. Wenn ich es gemacht habe, dann schaffst du es sowieso. Das ist also ein bisschen Motivation. Edi, das weh, du schaffst es nicht. So meine Lieben, mittlerweile bin ich geschminkt. Der Gianni hat nämlich meine Foundation, die so dunkel ist, auf den Tisch gekippt. Und ich versuche sie aufzubrauchen. Habe sie versucht etwas aufzuhängen. Aber das ist mir nicht richtig geglückt. Und wie ihr vielleicht seht, der Edi ist nach Hause gekommen. Und wir kennen Edi. Edi fängt sofort an zu arbeiten. Oh mein Gott. Edi. Das ist schwer ohne Ende. Edi, die Qualität von den Sachen ist gut. Die sind schwer. 10 Jahre haben wir die jetzt. Ja. Hätten wir keine Umzüge und sowas gehabt. Okay, ich helfe ihnen. Ihr seht, der Mann fackelt nicht lange. Soll ich jetzt unten treiben? Okay. Oh, das war nicht so leicht. Ja. Ne, ich will auch deine Einzelteile nicht zu finden. Erstens. Dann ist es nicht so leicht. Nein. Nein. Nein, und ich schaff. Dort ist eine Brüste. Willi? Schau. Willi. Wir haben hier alles sauber gemacht, nach unten getragen. und die Kinder sind am hochkommen. Keiner kommt. Atelier? Ja? Ist ja nie. Mama, weißt du, ich habe ganz viele Teile die Schulmassen getragen. Von Isel? Ja. Ich wollte. Ja, der war so schwer, weil die Karte ist so heiß. Was macht ihr? Überhaupt. Ja, guck mal, weißt du, wie dreckig das alles war? Wir haben sogar die Kamera ausmachen müssen. Endlich haben wir mehr Platz. Ja, hier kommt nur etwas Kleines hin. Was? Etwas von Ikea, was wir gleich holen werden. Ikea hat auch einen neuen Spielplatz da, ne? So sieht der Blick noch aus, wie er war. Ich habe meine Lichter, ich habe zu machen, Mama. Ja, so sieht es etwas anders aus. Okay, also, wie gesagt, ich hole jetzt mal die Zellen ab. Der Idi holt die Isel ab, äh, Jan ab. Wir fahren mit zwei Autos, weil wir es sonst nicht schicken. Und es ist so dunkel. So dunkel. Was habe ich verstellt? Dö, 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 dö. Nehmt eine Flasche Wasser. Irgendwas habe ich verstellt, aber ich freue es nicht vor. Okay. Die Karte wurde gut. So, ich sitze jetzt im Auto. Wir werden gleich das Dach aufmachen. So, wir fahren den Idi jetzt hinterher. Also, Selen ist gerade eben eingeschlafen. Wir haben natürlich das Dach zugemacht auf der Autobahn, ohne den Windschutz. Ähm, geht es vorne kaum und hinten sowieso nicht. Geht es nicht. Ne, geht nicht. Du kannst nur auf die Downloads. Ja, wir sind da. 20 Minuten hat es, glaube ich, gedauert. Der Weg ist wirklich nicht weit. Von den Kilometern ist es sogar noch nicht mal so weit wie zu Klausi. Und, äh, ja, jetzt wird was Cooles gekauft. Und zwar was Neues wie den Fernseher. Endlich nicht mehr so viel Gebappe und Gemache. Mein Gott. Also, wenn ich nochmal damals wäre, würde ich gar nicht so was Großes kaufen. Auch wenn die Qualität an sich sehr gut war. So was Großes. Nicht gut. Ey, da ist eine Gisha. Du, Baba. Ich. Du. Selin, du schuligst. Hallo. Hallo, Dani. Dani, du. Hast du Schuhe? Mama liebt dich. Mama liebt dich. So, ich habe Besuch da. Oha. Mein Gott. Magst du haben? Ja. Warte, warte, warte. Nein. Dann. Dann. Sally, wollen wir mit dem ganzen, den ganzen Karton ab?